So, einen wunderschönen. Ich denke, es haben sich schon einige denken können, dass ich zu dieser Serie auch irgendwann mal eine Besprechung machen würde, weil ich auch zu diesem Fandom gehöre, was sich über solcher Art von Serien durchaus äußern will. Und ich habe ja auch schon damals, als die neue Staffel House of the Dragon rauskam, oder die erste besser gesagt, habe ich dazu ja bereits eine Folgenbesprechung gemacht. Und das werde ich jetzt für Ahsoka auch tun. Und normalerweise, also wer mich nicht kennt, ich bin ja eigentlich eher ein Fantasy-Kanal, der sich mit solchen Themen aus Fantasy und Literatur beschäftigt. Aber normalerweise, ja, sagen wir mal so, Sci-Fi gehört auch zu meinen Interessensgebieten. Und ich habe ja vor kurzem erst ein Video über Weltraumpiraterie gemacht und damals auch schon zum Thema, was passiert, wenn Technologie in Fantasy-Universen voranschreitet. Deswegen, ich denke, Sci-Fi kann ich auch durchaus zu meinem Themengebiet zählen. Und deshalb habe ich mich entschieden, jetzt auch eine Review zu Ahsoka zu machen, zu der neuen Serie auf Disney+. Und ich darf natürlich wie üblich bei solchen Formaten, und das hört ihr wahrscheinlich von jedem YouTuber heutzutage, aber ich muss natürlich eine Spoiler-Warnung ansetzen, denn sonst ist das Internet böse auf mich. Und das wollen wir ja nicht haben. Und es ist nochmal umso interessanter dieses Mal, weil damals bei den Folgenbesprechungen zu House of the Dragon habe ich noch nicht über Footage aus der eigentlichen Folge verfügt. Das waren immer so, ja, Bilder, die ich aus dem Internet hatte und die dann teilweise aus der Folge stammten. Aber dieses Mal habe ich die Momentaufnahmen aus der Folge selber gemacht. Dementsprechend sind diese natürlich nur zu Repräsentativzwecken gedacht und dienen einzig und allein der des Besprechungsthemas. Also, wir fangen natürlich mit Folge 1 an und ich hoffe mal, dass ich noch dieses Wochenende dann die Besprechung zur Folge 2 rausbringe, aber erstmal eins nach dem anderen. Die Folge beginnt in einer unüblichen Art, könnte man sagen. Es ist traditionelle Musik zu hören. Soweit ich weiß, ist das japanisch-traditionelle Musik, die dann später von etwas Sci-Fi-lastigerem untermauert wird. Und ich kann gleich schon zu Beginn mal sagen, für viele ist dieser Einfluss, den diese Serie von alten Kurosawa-Filmen hat, sehr wichtig. Ich für meinen Teil kann damit tatsächlich nicht sehr viel anfangen, weil ich keinen einzigen Kurosawa-Film tatsächlich gesehen habe. Und unter Nerds denkt man sich jetzt wahrscheinlich, hat der nicht gesagt. Doch, tatsächlich. Aber nein, das, wie gesagt, mit dieser Filmzeit habe ich nichts mehr zu tun. Ich bin dafür wahrscheinlich einfach zu jung. Aber naja, das soll uns nicht aufhalten. Das hat viel mit der Filmszenerie zu tun und mit der, ich sag mal, der Bilddarstellung und dem Soundtrack der Serie. Aber das ist alles etwas, was ich ja nicht unbedingt beleuchten kann, weil ich davon schlichtweg keine Ahnung habe. Aber damit es mal gesagt ist, wollte ich es nur erwähnt haben. Wir haben einen Star Wars-typischen Opening Crawl, allerdings dennoch nicht ganz typisch für die Art, wie wir ihn kennen. Denn erst einmal ist er rot und er ist zweidimensional, sag ich mal. Also der, er ist nicht schräg nach hinten ausgerichtet, also so, dass er letztendlich oben im, schräg oben im Bild verschwindet. Und er ist quasi nicht im 45-Grad-Winkel nach hinten gedreht, sondern eben gerade, so 2D könnte man sagen. Aber er hat einen ähnlichen Aufbau wie normales Star Wars-Opening Crawls, was ich interessant finde. Es ist so ein bisschen so ein Mix aus Neu und Alt, was ja eigentlich nicht verkehrt ist. Wir beginnen mit einer Szenerie auf einem Schiff der Neuen Republik. Und ich finde es gut, dass die Neue Republik mal etwas mehr in den Fokus tritt jetzt. Wir haben uns ja vorher mit Serien oder serienartigen Erzählungen, die in dieser Zeit nach dem Imperium spielten, haben wir uns ja eher, also nicht unbedingt auf die Regierungsebene fokussiert. In Staffel 3 The Mandalorian hatten wir ein bisschen was davon. Aber da wurde die Neue Republik eher als, naja, ein Gegenspieler dargestellt oder halt in einem schlechten Licht dargestellt. Und ich finde es deshalb umso besser, dass sie jetzt wieder die Rolle des Guten einnehmen, weil man kann sich erzählen, was man will, von wegen Star Wars sei nicht schwarz und weiß und so weiter. Aber ich finde, dass eine Serie wie diese hier eine Schwarz-Weiß-Darstellung wieder aufnehmen sollte und auch braucht tatsächlich. Weil es ist nun einmal Fakt, dass in Star Wars das Imperium und alle seine Aussätze immer schon als das absolute Böse dargestellt wurden. Und das sollte meiner Meinung nach auch so bleiben. Warum, das erörte ich vielleicht ein andern Mal. Aber egal. Es ist schön zu sehen, dass die Neue Republik jetzt mehr in den Fokus tritt. Und ja, wir sehen hier, wie unsere zwei neuen Charaktere vorgestellt werden. Bailin und Shin heißen sie, Meister und Schülerin, um genau zu sein. Und diese werden auf einen Kreuzer der Neuen Republik gebeten, welcher die Gefangene Morgan Elsbeth transportiert, welche in einer Folge The Mandalorian von Ahsoka festgenommen wurde, mit der Hilfe von Din Djarin, wie gesagt. Und dieses Schiff hat ein sehr kleines Sicherheitspersonal. Diese sechs Sicherheitsleute, die man hier sieht, die sind wohl die Hälfte des gesamten Sicherheitspersonals, was ich interessant finde, aber es passt auch irgendwie zur Abrüstungspolitik der Neuen Republik. Und ja, wie zu erwarten war, machen Bailin und Shin absolut Kleinholz aus diesen Typen und befreien Morgan Elsbeth. Und sie erwähnt etwas, was ich interessant finde, und zwar, also beziehungsweise Bailin erwähnt, dass er bezahlt wird. Ich frage mich, wer bezahlt ihn? Wenn es Morgan Elsbeth selber ist, dann frage ich mich, wie sie ihn bezahlt hat oder in welcher Form sie ihn noch bezahlt. Und wenn sie es nicht ist und Bailin von jemand anderem bezahlt wird, dann frage ich mich, wer es ist. Weil wir wissen ja, der große Gegenspieler dieser Serie, Thrawn, kann es nicht sein, weil darauf gehe ich später nochmal ein. Aber ja, jedenfalls, Morgan Elsbeth wird befreit und sie erzählt etwas von Ahsoka. Und dann schneidet die Szenerie auch schon zu Ahsoka über, welche sich in einem Tempel befindet, wo sie letztendlich eine Karte findet, die zu Thrawn führen soll, eine Sternenkarte. Und ich habe im Internet sehr häufig den Vorwurf oder den Einwand gehört, dass diese ersten zwei Folgen ja ziemlich langweilig sein sollen und ziemlich langweilig geschrieben sein sollen. Und hier haben wir eine von diesen Szenen, wo ich das durchaus nachvollziehen kann. Warum ich das Argument als Ganzes allerdings nicht nachvollziehen kann, dazu werde ich in der Folgenbesprechung zu Folge 2 noch was sagen, weil da habe ich ein paar umfassendere Gedanken drüber. Aber ja, jedenfalls, nachdem Ahsoka das, sagen wir mal, Rätsel zu der Karte gelöst hat, wird sie von HK-Droiden angegriffen, welche ähnliche sind wie die, die sie bereits in der einen The Mandalorian-Folge bekämpft hat. Wo ich mich bei denen allerdings tatsächlich frage, warum tragen die Umhänge? Also es tragen nicht alle Umhänge, aber ein paar von denen. Warum tragen Droiden Umhänge? Ich bezweifle, dass solche Umhänge ihre Identität verbergen oder wie man das nennen kann, ihre Maschinenhaftigkeit verdecken. Ich glaube nicht, dass Umhänge dazu reichen. Ich meine, klar, es sieht cool aus, aber mehr, mehr Nutzen hat das auch nicht wirklich. Naja, nichtsdestotrotz, Ahsoka ist natürlich diesen Droiden mehr als gewachsen und dafür, dass es HK-Droiden sein sollen, sind sie nicht unbedingt gut in ihrem Job. Und, naja, sagen wir mal so, sie brauchen auch ganz schön lange für ihre Selbstzerstörung. Eine Selbstzerstörung ist meines Erachtens nach... Also wenn es auf Schiffen eine Selbstzerstörung gibt, dann kann ich verstehen, wenn die länger brauchen, weil schließlich muss das Personal ja auch noch Zeit haben, um zu evakuieren. Aber das hier sind Attentäter-Droiden. Wenn die ihre Selbstzerstörung einleiten, sollte das dann nicht instant sein? Weil, ich meine, so ein Attentats-Droide kannst du ja auch durchaus mal für einen Kamikaze-Angriff auf irgendwas benutzen oder so. Sollte da die Detonierung dieser Selbstzerstörungsbombe, sollte die dann nicht so schnell wie möglich sein? Besonders, wenn man bedenkt, wie viel Brauer dahinter steckt? Also, naja, das hat mich ein bisschen verwirrt, aber es gibt Ahsoka natürlich eine Chance zu entkommen. Und ihr Schiff wird von niemand Geringerem gesteuert als dem Droiden Professor Hu Yang, welchen wir aus Star Wars The Clone Wars bereits kennen. Ich frage mich tatsächlich, wie Hu Yang und Ahsoka zusammengefunden haben. Soweit ich weiß, war ja Stand The Clone Wars nicht mehr so viel von ihm übrig. Allerdings, ja, sie haben zusammengefunden, das ist die Hauptsache. Und Ahsoka hat ihr, also nicht ihr, sie hat noch eins der alten Jedi-Konsularschiffe von damals noch. Wo sie das Heer hat, unwichtig, auch für mich. Aber sie hat's eben und ich finde es schön, dass dieses Schiff wieder einen Auftritt hat. Ich finde es nämlich eine sehr interessante Schiffsklasse. Ich glaube, ich hatte sogar mal ein Lego-Set davon. Was ich auch interessant finde, ist, dass Ahsoka scheinbar selbst nach dem Ende der Rebellion immer noch ihr Fulcrum-Alias benutzt. Was ich deshalb interessant finde, weil Fulcrum, so wird es jedenfalls in Rebels beschrieben, in Star Wars Rebels, Fulcrum ist ja eigentlich ein Alias für Agenten der Rebellion, die innerhalb der Reihen des Imperiums spionieren. Also Agent Kallus zum Beispiel hat diesen Alias ja auch verwendet, als er die Rebellion mit Informationen versorgt hat. Ich finde das deshalb interessant, also entweder hat Ahsoka diesen Alias einfach behalten nach dem Ende der Rebellion, weil es ja ein interessanter Codename ist, den man wahrscheinlich dann nicht mehr gebraucht hat, weil es eben keine Spione innerhalb der Reihen des Imperiums mehr gab, weil es eben kein offizielles Imperium mehr gab. Oder es hat irgendeinen anderen Grund, den wir vielleicht noch erfahren. Aber naja, wie gesagt, ich finde es interessant, dass sie dieses Alias noch verwendet. Sie fliegt dann zu einem Mon Calamari-Kreuzer der Home-One-Klasse, welchen sie auch als Basis 1 bezeichnet. Und ich denke, im Englischen wird es auch Home-One heißen. Dort trifft sie auf jemanden, auf den ich mich persönlich in dieser Serie sehr gefreut habe, nämlich die Live-Action-Hara Syndulla. Hera Syndulla gehörte damals bei Star Wars Rebels schon zu meinen Favoritencharakteren. Ich habe allerdings eine Frage, was sie betrifft. Warum heißt es Generalin Syndulla? Sind Generäle nicht für Landtruppen verantwortlich? Ist so ziemlich das Einzige, was wir mit Hera assoziieren, nicht eigentlich ihre Flugfertigkeiten? Sollte es nicht eigentlich Admiralin oder Admiralin Syndulla sein? Oder Captain Syndulla, was sie ja damals schon war? Also gut, da wäre Admiralin wahrscheinlich besser. Aber warum General Syndulla? Das ergibt nicht wirklich Sinn in meinen Augen. Ich meine, es war schon bei General Grievous irgendwie komisch, dass ihn jeder General genannt hat, obwohl er eigentlich die ganze Zeit Schlachten im Raum befehligt hat. Ich meine, gut, bei Grievous ist es vielleicht noch damit erklärbar, dass er der Oberbefehlshaber der Druidenarmee war. Aber bei Hera ist das ja nicht so. Bei Hera wissen wir ja eindeutig, dass sie nicht die Oberkommandierende der Streitkräfte der Rebellion ist und auch nicht die Oberkommandierende der Flotte, weil das ist Admiral Ackbar. Und ja, das kann ich mir irgendwie nicht erklären, warum man sie Generalin Syndulla nennt und nicht Admiral Syndulla oder so. Das hätte ich viel passender gefunden. Nun ja, jedenfalls zeigt Hera Ahsoka ein Überwachungs-Hologramm von Balin und Shin und Hu Yang wird damit beauftragt, ihre Lichtschwerter zu analysieren. Es wird auch über eine Verbindung zwischen Morgan Elsbeth und Großadmiral Thrawn gesprochen. Da wurde halt... Also ich denke, das Einzige, was bisher über Morgan Elsbeth klar ist, ist, dass sie eben im Namen Thrawns agiert. Und inwiefern sie direkte Befehle von Thrawn entgegennehmen kann, dazu komme ich in Folge 2 nochmal. Aber erst einmal zurück zum Wesentlichen. Wir wechseln zu dem Planeten Lothal, welcher sich ganz schön verändert hat seit dem Ende der Rebellion oder der Befreiung von Lothal besser gesagt. Und Lothal war ja mehr oder weniger der einzige Planet, der sich selbst befreit hat in der ganzen Rebellion. Wir wissen ja, dass die Schlacht von Lothal und die Schlacht von Yavin fast zeitgleich passiert sind. Und das Imperium hat danach, in den paar Jahren, die danach noch waren, ich glaube, es waren vier oder so. Es waren, es lagen, glaube ich, vier Jahre zwischen dem ersten, zwischen der Zerstörung des ersten und des zweiten Todessterns. In dem Zeitraum hat das Imperium scheinbar keine Muße gehabt, Lothal zurückzuerobern. Ich kann mir das auch nicht so wirklich erklären, aber es ist auch eigentlich nicht so wichtig. Ich meine, die Galaxie ist groß und man könnte damit argumentieren, dass Lothal ja in ziemlicher Nähe zu Mon Calamari ist, was ja auch einer der rebellierenden Fraktionen war. Dementsprechend kann man das auch damit erklären. Jedenfalls sehen wir auch den Gouverneur von Lothal wieder, Ryder Azadi. Ich finde es schön, dass der hier einen Auftritt hat. Er war ja in Rebels ein sehr wichtiger Charakter für den Widerstand auf Lothal. Ich finde es auch schön zu sehen, wie gut er gealtert ist im Vergleich zu Rebels. Das ist ja doch schon einige Zeit her. Aber ja, er ist nach wie vor Gouverneur von Lothal und es gibt eine Einweihungszeremonie für ein Monument, das die Rebellengruppe verehren soll, die Lothal befreit hat. Eben Hera Sandulla, Sabine Wren, Ezra Bridger, Kanan Jarrus und Gerasep Aurelius und natürlich den Droiden Chalas. Aber wie man es schon hätte erwarten können, ist Sabine nicht anwesend. Und hier gibt es die zweite Szene, bei der ich verstehen kann, dass manche diese Folge möglicherweise langweilig empfanden. Ich finde diese Abwesenheit von Sabine etwas zu lange hingezogen. Man hätte einfach direkt, wo man gesehen hat, ah, die ist nicht da, hätte man direkt wegschneiden können und nicht noch diesen Quatsch mit dem Senator da machen müssen. Das waren zwei Minuten meines Lebens, die ich nicht zurückbekomme. Naja, egal. Jedenfalls, Sabine ist noch genauso rebellisch wie früher, alten Autoritäten genauso wie den neuen. Und ich komme nicht drum weg, das zu sagen, aber ihre Schauspielerin erinnert mich so ein bisschen an jemanden, den ich mal kannte. Aber auch hier die Szene, die wir jetzt sehen, ist eine, wo ich verstehen kann, wenn Leute die Folge langweilig fanden. Ich meine, die Musik, die im Hintergrund spielt, ist zwar gut, aber es ist auch wieder etwas herausgezogen nach hinten heraus. Deshalb, man hätte es einfach dabei belassen können, dass die Jäger sagen, ja, okay, dann kommst du halt nicht mit, ist schon in Ordnung. So ist es aber halt nicht. Sabine fährt zu dem alten Kommunikationsturm, der früher Esras zu Hause war, welchen sie jetzt scheinbar für sich beansprucht hat. Und sie hat eine Laufkatze. Und Laufkatzen sind in Star Wars grundsätzlich immer gut. Und sie hat auch eine, sagen wir mal, eigene Nachricht von Esra, die scheinbar nur sie bekommen hat. Ich frage mich ja, ob Esra für den Rest seiner Gruppe auch solche Hinterlassenschaften gemacht hat, also solche Nachrichten. Und ich finde, in dieser Szene, wo sie sich diese Nachricht ansieht, hat man so ein bisschen der Schauspielerin ein bisschen Freiraum gegeben, ihr Gesicht so ein bisschen auszudrücken, weil ich finde, sie kann, ich finde, sie kann diese Mimik, die man aus dem animierten, aus der animierten Welt von Sabine gewohnt ist, ich finde, die kann sie sehr gut nachempfinden mit ihrem Gesicht. Und das, das freut mich zu sehen. Es ist so ein bisschen, man gibt sich halt Mühe, den Vibe der animierten Reihe von Rebels wieder einzufangen, um halt die Leute, die das damals gesehen haben, wieder mit an Bord zu bringen, ordentlich, um es eben gebührend in Live-Action zu übertragen. Und ich finde, bisher ist denen das auch ganz gut gelungen. Wir wechseln wieder zu Shin, Balin und Morgan Elsbeth, die bei diesem Tempel sind, wo Ahsoka ebenfalls war, der durch die Selbstzerstörung, naja, zerstört wurde. Und Morgan Elsbeth wird aus dem Nichts quasi als eine Schwester der Nacht eingeführt, was ich ihr persönlich nicht abkaufe, weil, seien wir mal ehrlich, die sieht überhaupt nicht aus wie eine Schwester der Nacht. Ich meine, ich halte es jetzt nicht unbedingt für eine Lüge, weil wir sehen in Folge 2 später noch, dass sie befähigt ist, die Macht zu nutzen. Und das haben wir auch in den Trailern, glaube ich, schon gesehen. Deshalb, sie scheint wirklich eine zu sein, aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie, sie sieht nicht aus wie eine Nachtschwester, weil Nachtschwestern, die haben ein, die haben ein sehr starkes, die haben ein sehr starkes Profil, auch was die Hautfarbe betrifft und auch ihre Frisuren und also die Kleidungsart passt, das gestehe ich ihr zu, aber auch die Gesichtszüge von ihr passen irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht, ich akzeptiere es als Erklärung, aber irgendwie, weiß ich nicht, da entweder passt die Schauspielerin nicht oder es war eine unnötige Erklärung. Das, naja, es hätte jetzt nicht sein müssen. Jedenfalls, Shin, also die Schülerin von Balin, scheint Morgan Elsbeth nicht wirklich zu vertrauen, aber ich finde es auch gut, dass Shin und Balin hin und wieder ein paar Momente gelassen werden, um halt so leichte Zweifel zu bekunden an der Sache, die sie hier machen. Sie scheinen ja fürs Erste nur Söldner in diesem ganzen Plan zu sein und je nachdem, wie ihre Loyalität bestückt ist, werden wir sehen, was noch so auf sie zukommt. Aber ich finde es schön, dass man ihnen eben als neue Charaktere, die sie ja sind, ein wenig Atmungsspielraum oder Entfaltungsmöglichkeit gibt, weil sonst kann man sich ja mit ihnen nicht so wirklich anfreunden als neue Charaktere, denn sonst bleiben sie nur lose Höhlen. Zusätzlich wird auch erwähnt, dass Sabine mal die Schülerin von Ahsoka war und ich habe schon gesehen, dass im Internet wohl scheinbar einige damit ein Problem zu haben scheinen. Ich gehöre nicht dazu, weil, seien wir mal ehrlich, wer Rebels gesehen hat, der weiß, dass Sabine schon eine gewisse Affinität zu den Lehren der Jedi hatte, bevor sie mit Ahsoka diese Ausbildung überhaupt begonnen hat. Ich weiß nicht, ob wir schon gesehen haben, dass sie fähig ist, die Macht zu nutzen. Ich glaube nicht, aber finde ich auch gut tatsächlich, weil die Beschwerden, die ich gesehen habe, die bezogen sich vor allem darauf, dass jetzt scheinbar jeder machtfähig ist und mal ganz abgesehen davon, dass das schon immer der Fall war, ist es noch nicht sicher, ob Sabine auch wirklich imstande ist, die Macht so zu nutzen, wie es Shin und Balin zum Beispiel sind oder auch Ahsoka, sondern halt, dass sie nur in den Wegen der Jedi unterrichtet wurde von Ahsoka, also auch was Schwertkampf und eben die Philosophie betrifft. Aber naja, es ist eben noch nichts Vollwertiges. Wir wechseln dann wieder zurück nach Lothal, wo Ahsoka sich mit Sabine trifft und Hu Yang, der mit Sabine spricht, erwähnt, dass er noch zu 75% aus Originalteilen besteht angeblich, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil wenn meine Erinnerung korrekt ist, dann hat Hu Yang in The Clone Wars bei diesem Jünglings-Arc gesagt, dass er so etwa 3000 Jahre alt ist oder so und sagen wir mal so, die Droiden in Star Wars sind nicht gerade für ihre Haltbarkeit bekannt. Natürlich je nach Fertigungsart, ich meine, Hu Yang traue ich zu, dass er aus einem sehr widerstandsfähigen Material besteht, allerdings spricht das, was wir in The Clone Wars gesehen haben, nicht unbedingt dafür. Nun ja, gestehen wir Hu Yang einfach mal zu, dass er kein Schiff des Tesois ist und trotzdem bei auch 100% neuen Teilen immer noch derselbe ist. Ahsoka bringt Sabine dann auf ihr Schiff, wo sie scheinbar schon einmal war. Jedenfalls sind in einer der Schlafkojen eine Menge Zeichnungen, die ja nur von ihr stammen können und sie soll Ahsoka dabei helfen, mittels ihrer künstlerischen Fähigkeiten die Karte zu analysieren, um herauszufinden, wie man sie eben öffnen kann. Und ja, die beiden haben so einen kleinen Streit in dem, oder eine kleine Wortkonfrontation im Schiff, wo Sabine halt darüber spricht, dass sie scheinbar nicht geeignet war als Schülerin von Ahsoka. Und was ich halt interessant finde, ist, dass Ahsoka scheinbar vorhatte, Sabine in den Wegen der Jedi zu unterrichten, obwohl sie selbst ja immer von sich sagt, dass sie keine Jedi ist. Also kann gut sein, dass ich das auch missverstanden habe und sie sie einfach in ihren Ideen von dem Jeditum ausbilden will. Und ich meine, es gäbe ja theoretisch noch eine zweite Möglichkeit, wer Sabine hätte ausbilden können, und zwar Luke Skywalker. Wir wissen ja, dass Ahsoka ihn kennt, aber naja, wer weiß, vielleicht hat sie sich das nicht getraut oder hat Sabine das nicht zugetraut oder Luke auch nicht, wer weiß. Oder Luke hatte zu dem Zeitpunkt mit Grogu zu tun, das kann ja auch sein. Und wer hätte es vermutet, Sabine schleicht sich natürlich vom Schiff, während Huyang die Lichtschwerter Ahsoka vorzeigt? Wer hätte das gedacht? Und ich habe das so verstanden in dieser Szene, dass Huyang das Lichtschwert von Balin kennt und er sagt ja, in den letzten 500 Jahren hat nur ein Jedi dieses Lichtschwert gefertigt und das war eben Balin. Und ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass Balin schon uralt ist, sondern dass eben erst, dass dieses Lichtschwert in 500 Jahren nur einmal gefertigt wurde, was eben zweifelsfrei zugesteht, dass es von ihm stammt. Und Balin scheint ja schon recht alt zu sein. Ich würde mal sagen, er ist so Anfang 70 ungefähr. Also vielleicht war er so zum Untergang des Jedi-Ordens Ende 50, Anfang 50 oder so. Und nun ja, er ist auf jeden Fall, das hat Huyang festgestellt, ein Mitglied des alten Jedi-Ordens. Was Shin betrifft, konnte er gar nichts rausfinden und er hat auch ihr Lichtschwert nicht erkannt, was für mich bedeutet, dass Shin ihr Lichtschwert entweder gestohlen hat oder es eben nicht in den Wegen der Jedi gebaut hat oder bauen hat lassen, was so ein bisschen das das Mysterium um sie erweitert quasi. Also wir wissen über Balin deutlich mehr, als wir über Shin wissen. Das finde ich interessant, weil das öffnet für sie deutlich mehr Türen als für Balin. Und naja, mal sehen, was daraus noch so wird. Außerdem wird noch erwähnt, dass es wohl Ahsoka war, die Sabine während ihrer Ausbildung verließ. Das habe ich ja gerade schon angeschnitten. Die Gründe dafür, das sagt auch Hera, können mannich feitig sein. Und Ahsoka sagt einen Satz, den ich sehr konsequent und philosophisch auch interessant finde. Die besten Begründungen haben meist die schlimmsten Folgen oder so ähnlich. Das ist mal so ein Satz, über den man mal wirklich nachdenken könnte, weil er könnte auch für den Rest der Serie bezeichnend sein. Und das werde ich in der zweiten Folge nochmal erläutern, weil da habe ich auch ein paar Theorien, was das betrifft. Aber ja, ich werde auf diesen Satz auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Und natürlich entschlüsselt Sabine die Karte auch. Ich gebe zu, der Plot dieser Episoden ist etwas vorhersehbar, aber ich finde, mit Langeweile hat das noch lange nichts zu tun. Nur weil etwas vorhersehbar ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es auch langweilig ist. Ich kann mit diesem Argument echt nicht viel anfangen, aber wie gesagt, da spreche ich in Folge zwei nochmal drüber. Sabine wird, während sie diese Karte entschlüsselt, oder kurz davor ist sie zu entschlüsseln, von Harkadroiden unterbrochen, von zwei Stück um genau zu sein, welche sie überrumpeln und die Karte stehlen. Und unten am Turm wartet Shin auf sie, welche von Balin hierher geschickt wurde, um die Karte eben zu stehlen. Und hier zeigt Sabine das erste Mal ihren Umgang mit dem Lichtschwert. Und sie hat ja bereits in Star Wars Rebels eine gewisse Fähigkeit mit dem Lichtschwert gezeigt. Sie wurde ja von Kanan Jarrus und Ezra Bridger darin ausgebildet. Und sie hat ja damals auch kurzzeitig das Dunkelschwert geführt, welches ja zu diesem Zeitpunkt inzwischen schon zerstört ist. Und ein kleiner Kampf entbrennt zwischen ihr und Shin. Und ich nötiger Drehungen und Pirouetten und so weiter. Und ein bisschen viel Telegraphing, aber gut, das bin ich von Star Wars Lichtschwertkämpfen inzwischen gewöhnt. Und der Kampf endet mit einem, naja, sagen wir Pseudocliffhanger, denn Sabine kriegt einen offensichtlichen Stich in die Seite mit dem Lichtschwert, also wirklich sehr offensichtlich in die Seite, sodass wirklich jeder weiß, dass sie daran nicht sterben wird, weil wir wissen ja mittlerweile, dass Stiche in die Seite nicht wirklich schlimm sind und manchmal auch durch den Bauch hindurch nicht wirklich schlimm, aber reden wir mal nicht davon. Also es ist wie gesagt ein Pseudocliffhanger und jeder von uns weiß, dass Sabine das überleben wird und nächste Folge weiter mitmacht. Und das war auch schon die erste Folge. Ich muss wie gesagt in vielen Punkten leider auf die zweite Folge verweisen, welche ich hoffentlich auch bald noch hochladen kann, die Folgenbesprechung hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ich hoffe, auch diese Folgenbesprechungen hier von mir gefallen euch wieder. Ich arbeite natürlich auch nebenbei wieder an anderen Videos. Ich finde es nur gut, dass ich jetzt wieder damit ein wenig Regelmäßigkeit auf den Kanal bringen kann. Deshalb, wir sehen uns in der nächsten Folgenbesprechung und bis zum nächsten Mal und auf Wiederschauen.